Amigos, ich sitze hier alleine, sehr ungewohnt, aber heute gibt es eine Fragenrunde. Mal ernste Fragen, mal nicht so, je nachdem, was ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich selber habe die Fragen nicht gesehen und die stellen mir dick und doof hinter der Kamera. Ähm, ja, ich würde sagen, es geht los, oder? Was für ein Landsnamen bist du? Also, ich bin in Deutschland geworden. Weil mir Mama nicht... Aber ich habe Wurzeln aus Kroatien und Bosnien. Wie groß ist dein Yavak? In irregierten Zustand. Irregiert? Sei ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob 67 oder 68. Wir reden schon von Millimeter, oder? Wie wird man so hässlich? Das ist eine relativ einfache Geschichte eigentlich. Man muss nur ungefähr so einen Kumpel haben wie Den und sich an ihn anpassen und dann geht alles los. Das ist richtig. Wie kann man so ein geiler Hans sein, ne? Boah, jetzt gehe ich auf. Also, du brauchst... Also, ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Also, ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Frohes Neues an jeden da draußen, jetzt guckt mal. War's noch gut. Leute, vielen Dank für eure Fragen. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen emotional geworden. Bei der nächsten Fragerunde, wenn ihr dabei sein wollt, checkt unser Insta ab. Checkt unsere anderen Kanäle in der Bio ab. Checkt die anderen zwei Parts von Dennis und Enes aus. Äh, Ding. Aber ich wollte noch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Verwaltzer! Braier? Brairi? Braini? Braini?